Angler-Latein von Dennis Hamilton Hooks erster Gedanke war, Artyes verfaulter Körper liegt da unten, irgendwo in dem schwarzen Wasser, und die Kreaturen von Fowlers Crescent sind bei ihm und spielen zwischen seinen Knochen. Ein passendes Ende, dachte Hook für einen Wasserfreund. Er parkte seinen Pickup auf dem Hügelkamm, von wo aus man auf die isolierte Wassersichel unten im Tal hinabblicken konnte. Als er durch die Windschutzscheibe blickte, unter dem Adlerschnabelbug des Kanus hinweg, das auf dem Wagendach festgeschnallt war, nahm die fremdartige Üppigkeit der Umgebung ihn gefangen. Es war so grün wie in einem Regenwald, überhaupt nicht so, wie er es erwartet hatte. Er hatte gehört, dass Fowlers Crescent nach einem Chemieunfall vor 20 Jahren flussaufwärts gestorben war. Hook hatte einen völlig verwüsteten und leblosen Ort erwartet. Als R.T. Gilliam vor einem Jahr den gleichen Ausflug gemacht hatte, waren seine Erwartungen dieselben gewesen. Aber R.T. war nie zurückgekommen, um zu berichten, wie es wirklich dort aussah. Auf der anderen Strassenseite stand eine schiefe, verwitterte Holztafel. Darauf stand zu lesen, Hook dachte, dieses Schild ist seit 70 Jahren nicht mehr von Menschenhand berührt worden. Er schaute hinab zum Fuss des Berges, wo die Überreste der Stadt begannen. Die wenigen Gebäude, die noch standen, waren so alt wie die Tafel. Doch vom Hügelkamm aus betrachtet, hätte Fowlers Crescent ein verstecktes Paradies sein können. Bis auf einen kahlen Hügel mit einem Haus darauf am Scheitelpunkt der Sichel. Die Art und Weise, wie er sich aus den grünen Wäldern ringsum emporwölbte, war irgendwie feindselig, unnahbar. Stattdessen war es einer jener Seen, von denen die Veteranen des Anglersports nur mit Ehrfurcht sprachen. Aber wenige von denen, die von Fowlers Crescent sprachen, taten nichts anderes, als über seine unheimlichen Gefahren zu reden und seine Legenden weiterzugeben. In ihrem Flüstern lag eine ängstliche Anspannung. Was letztendlich die Ursache dafür war, dass der draufgängerische R.T. Gilliam im vergangenen Jahr seinen Ausflug dorthin machte und das Moo Hook jetzt hier auftauchte. Hook parkte den Wagen vor einem Gebäude, bei dem es sich um das Warenhaus der Gegend handeln musste. Über dem windschiefen, hölzernen Säulengang hing ein Schild mit der Aufschrift Fierce Angeln und Köder. Er stieg ein paar ausgetretene Stufen hoch, öffnete eine knarrende, verzogene Tür und trat ein. Im Laden hielten sich vier alte Männer auf. Zwei spielten träge Dame. Ein anderer stand hinter der Theke. Der vierte sass an einem kleinen Holztisch und wickelte Köderfliegen. Hook ließ seinen Blick durch den Raum wandern. An den Wänden, so schätzte er schnell, mussten an die 200 präparierte Fischkieferpaare hängen. Selbst in der Trollers Union, seinem Anglerclub zu Hause, gab es kein Trophäenzimmer wie dieses oder sonst wo. Entschuldigen Sie, sagte Hook, ich suche einen guten Angelplatz. Fast gleichzeitig drehten die Männer die Köpfe, um ihn anzusehen. Keiner lächelte. Hook sah, wie zerfurcht ihre Gesichter waren, wie bei den Alten in seinem Club, die schon viele Jahre unter vielen Sonnen an vielen Seen hinter sich hatten. Es war kein Geheimnis, wie diese Männer hier ihr Leben verbracht hatten oder dass die Trophäen ihnen gehörten. Der stämmige Mann hinter der Theke ergriff schliesslich das Wort. Die besten Angelplätze liegen flussabwärts, Jungchen, bei Bloomfield und Worthington. Hook lächelte. Ja, ich hörte, die gäbe es hier, draussen, bei ihrem See. Der Mann hinter der Theke studierte ihn einen Moment lang. Wer hat Ihnen das gesagt? Das Schild vor der Stadt, erwiderte Hook, und dann ein paar Leute aus meinem Angelclub daheim. Angelclub, hä? Der Anflug eines geringschätzigen Lächelns. Ja, Trollers Union, schon mal davon gehört? Der alte Mann blinzelte, und ein Dutzend gekräuselter Fältchen entstanden in den Winkeln seiner kleinen grauen Augen. Trollers Union, klar, in der Provinz, richtig? Einer von euch Typen war im vergangenen Jahr hier. Soweit ich mich erinnern kann, hatte er draussen auf dem See einen Unfall. Nicht eindeutig festzustellen, meinte Hook. Die Leiche wurde nie gefunden. Ist auch ein tiefer See, sagte der alte Mann. An einigen Stellen 200 Fuss. Deshalb sieht das Wasser auch so schwarz aus. Schwierig, dort noch nach Leichen zu fischen. Wenn sie in Crescent absaufen, dann ist es so gut wie aus mit ihnen. Deshalb möchte ich dort angeln, verriet Hook. Niemand sonst würde es wagen. Der alte Mann nickte. Ja, wieder einer, der heiss ist auf die Trophäe von Foulers Crescent. Leute wie Sie haben wir pro Jahr rund ein Dutzend Mal oder so hier. Die meisten fahren mit leeren Händen wieder ab. Hook betrachtete erneut die Reihe von Fischgebissen, die an den Wänden hingen. Dann holte er einen 100-Dollar-Schein aus der Tasche und legte ihn auf die Theke. Ich nehme an, das reicht. Aber Sie, Sie wissen, was in diesem See ist. Und Sie wissen auch, wie man es herausholt. Er sah jeden der alten Männer eindringlich an. Und ich bin bereit, für Ihr Wissen zu bezahlen. Der Mann hinter der Theke beugte sich vor und legte seine fleischigen Hände gefaltet auf den Tresen. Okay, Freund, mit was arbeiten Sie? Ich habe sechs Pfund und zwanzig Pfund Schnüre. Sie brauchen stärkere. Hook lächelte. Ich habe schon fünfzig Pfund Barsche mit sechs Pfund Schnüren gefangen. Sie brauchen stärkere, wiederholte der alte Mann. Okay, meinte Hook ruhig. Was empfehlen Sie, Mr.? Fear. Max Fear. Mir gehört der Laden. Das dort drüben, die beiden, die Dame spielen, sind Boyd und Jay-Z. Der alte Geier dort drüben, der die hübschen Fliegen wickelt, ist Darnell. Und was ich empfehle, das ist eine Hunderter-Schnur, Mr.? Hook, stellte er sich vor. Maurice Hook. Freunde nennen mich Moe. Seine Worte waren kaum zu verstehen. Was gibt es dort draussen, dass man ein solches Tau braucht? Den Crescent, den Crescent Wells, Mr. Hook. Nur den Crescent Wells. Und wie gross werden die? Genau weiss man das nicht. Die ganz grossen hauen immer ab. Natürlich entstanden die Falten in den Augenwinkeln. Natürlich, wenn Sie was Kleineres wollen. Nein, reagierte Hook sofort. Ich will den grössten Fisch, den es da draussen gibt. Fear lächelte. Was für ein Köder. Auf Wälse gehe ich immer mit Shrimps. Können Sie nehmen, wenn Sie wollen, aber besser kommen Sie mit Würmern zurecht. Würmer? Für Wälse? Sie kommen nur in dieser Gegend vor. Alles schon ausprobiert. Kapitale Burschen. Die scheinen so einen Geruch an sich zu haben, auf dem die Wälse scharf sind. Boyd meldete sich zu Wort. Von den Crescent Würmern sind fast keine mehr da, Max. Hast du nicht was anderes, was er nehmen könnte? Das reichte Hook. Ich nehme die Würmer, sagte er. Wann beißen Sie? Nachts, antwortete Fear. Dann haben Sie den grössten Hunger. Dann also nachts, meinte Hook mehr zu sich selbst. Fear verschwand in einem Hinterzimmer und kehrte kurz darauf mit einem Weidenkorb zurück, der mit einer Holzklappe verschlossen war. Gehen Sie vorsichtig damit um. Wir haben lange keine mehr ausgegraben, daher ist das alles, was Sie bekommen können. Irgendeine besondere Stelle, wo ich am besten die Angel auswerfe, erkundigte Hook sich. Der Mann, der am Tisch sass und Fliegen wickelte, Darnell, meldete sich zu Wort. Ich kann sie hinbringen. Es liegt auf meinem Heimweg. Behutsam legte er die winzige Fliege beiseite, die er gerade gewickelt hatte, dann erhob er sich. Er war hager und seine Schultern fielen nach vorne. Hook konnte ihn vor seinem geistigen Auge sehen. Ein Mann, der von seiner Freizeitbeschäftigung gezeichnet war, ewig in einem Boot hockend, sich zu der magischen Stelle hinunterbeugend, wo die Angelschnur im Wasser verschwand und Ausschau hielt und wartete. Danke, sagte Hook zu ihm. Wir sehen uns später, Jungs, sagte Darnell über die Schulter, ohne sie anzusehen. Er und Hook waren schon fast draussen, als vier Stimme von hinten erklang. Bis morgen früh, Mr. Hook. Darnell blieb für etwa eine Meile ausserhalb des Ortes auf der Strasse, dann schwenkte sein Pickup in die Büsche. Er fuhr unter dichtem Astwerk hindurch, das beinahe das Kanu hinunterriss, als Hook ihm zu folgen versuchte. Dies, dachte Hook, ist sicher der geheimste aller geheimen Angelseen. Als er schliesslich anhielt, hatte er eine kleine, von Grün überwucherte Bucht erreicht. Und gleich dahinter erhob sich der kahle, braune Hügel, den er von der Höhe aus entdeckt hatte, als er in die Ortschaft eingefahren war. Aus der Nähe gesehen war der Hügel gar nicht so leer und öde, wie es ihm erschienen war. Plötzlich wusste er, wo die meisten der 1087 Einwohner von Foulers Crescent abgeblieben waren. Es war der Friedhof. Darnell sagte, Der beste Angelplatz ist hier, genau in der Bucht. Hier ist es tief und kalt und die Wälse lieben die Ställe. Sie haben hier sicherlich schon oft geangelt, nehme ich an, sagte Hook, Während er die Haltegurte des Kanus löste. Darnell sah hinaus auf die Bucht. Irgendwie erschien sie wie ein schwarzer Spiegel. Das Wasser erzeugte Reflexe, aber es gab keinen Hinweis darauf, was sich unter der Oberfläche befand. Hab mein ganzes Leben lang im Crescent geangelt, ist für mich jetzt zu schwer geworden, die Würmer auszugraben. Nun sitze ich die ganze Zeit mit den Jungs herum und unterhalte mich über die Burschen, die vom Haken gingen. Er blickte zu dem kahlen Berg hinauf und bereite mich wohl darauf vor, irgendwann ebenfalls da oben zu landen. Hook folgte dem Blick des alten Mannes. Wer wohnt eigentlich in dem alten Haus auf der Kuppe? Niemand mehr. Steht schon seit Jahren leer. Da wohnte mal der Totengräber, aber der ist 1774 gestorben und wir haben ihn genau oben auf dem Hügel begraben. Dann fragte Hook, wie kommt es, dass auf dem Hügel nichts wächst? Kein Gras, keine Bäume. Es sieht aus, als gehöre er gar nicht zu Foulers Crescent. Darnell zupfte sich an einem Ohr und kniff die Augen zusammen. Kann ich nicht genau sagen, Mr. Hook. So sieht es schon aus, seit die Cantory-Fabrik damals die Chemikalien oben in den Fluss laufen ließ. Das Zeug kam hierher und verteilte sich im Crescent. Hat alles verändert. Die Büsche wurden grün, die Fische wuchsen, aber alles auf dem Friedhof ging ein. Verdammte Sache. Er hielt inne. Wäre auch nicht so schlimm, aber die ganze Erde wird vom Regen weggeschwemmt. Sehen Sie die Grabsteine, die umgekippt sind? Es gibt Särge dort, die liegen nur fünf Zentimeter unter der Oberfläche und bei jedem Regen wird die Decke etwas dünner. Hook schaute den Berg hoch. Was Sie nicht sagen. Allmählich hat es ihm zu dämmen begonnen, warum sogar die abenteuerlustigen Mitglieder des Union Clubs Foulers Crescent mieden. Dann verraten Sie mir doch mal Ihre Geheimnisse, Darnell. Wie hole ich mir einen ganz Dicken an Land? Der alte Mann lachte, wie ein zu streichen aufgelegtes Kind. Nun, wir haben im Crescent alle möglichen Fische, Mr. Hook, aber einer ist darunter, den wir Boop rufen. Das ist die Abkürzung für Build the Boop, denn genau das ist er wohl, wie einige Leute glauben. Er hing schon oft am Haken, wurde aber nie gefangen. Aber ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, wie er zu schaffen ist. Ich höre, sagte Hook. Darnell schlurfte zu seinem Wagen zurück und kam mit einem grossen Vierfachhaken und einer Flasche mit einer braunen Flüssigkeit zurück. Das Zeug habe ich aus Klapperschlangengift hergestellt. Das lähmt den Fisch. Sie schmieren das Gift auf die Hakenspitzen und wenn er zubeisst, dann brechen zwei der vier Haken ab und das Gift bereitet sich im Fisch aus. Die beiden anderen Haken halten ihn fest und sie müssen ihn nur noch an Land ziehen. Genial, lobte Hook ihn, aber warum versuchen sie nicht selbst ihr Glück mit Boop? Fast mein ganzes Leben lang habe ich diesen Bastard gejagt. Immer konnte er entwischen. Jetzt bin ich zu alt, Mr. Hook. Sie, sie sind jung, stark, aber seien sie vorsichtig. Er ist gross und bösartig und schlau. Er wartet ab, bis sie müde werden, vielleicht sogar bis sie einschlafen. Dann rammte er ihr Kanu und sie saufen ab wie ihr Freund. Wie bitte? Er starrte den alten Mann ungläubig an. Wollen Sie damit behaupten, irgendein gottverdammter Wels hätte Artie umgebracht? Also alter Mann, ich glaube, Sie erzählen schon zu lange ihr Anglerlatein. Der hagere alte Mann drehte sich langsam um und ging zu seinem Wagen zurück. Schlafen Sie auf keinen Fall ein, Mr. Hook. Hören Sie doch, sagte Hook schnell. Es tut mir leid, es ist nur schwer zu glauben. Ich weiss. Hook seufzte, lenkte ein. Sehen Sie, ich habe Bier mitgenommen, aber das Zeug macht mich immer schläfrig. Vielleicht sollte ich bis zum Morgen warten und mir etwas Kleineres aussuchen. Soll jemand anderer sich mit Boop herumschlagen? Der alte Mann starrte zu booten. Dann nickte er, als wollte er sagen, ja, genau das ist es, was Sie tun sollten. Aber ich könnte schon morgen tot sein und dann würde Boop mich dieses eine letzte Mal besiegt haben. Ich verstehe, sagte er leise. Hook blieb für ein paar Sekunden stehen. Dann lächelte er. Zum Teufel nochmal, meinte er. Hören Sie, haben Sie Cola oder Kaffee bei sich? Irgendwas, damit ich wach bleibe? Die Augen des alten Mannes begannen zu leuchten. Ich habe immer eine Thermosflasche bei mir, Mr. Hook. Man weiss ja nie, wenn es einen überkommt. Hook reichte ihm die Hand. Danke, Darnell. Wir sehen uns morgen früh. Bis morgen, Mr. Hook. Es war fast Mitternacht. Er hatte am Lagerfeuer gesessen, Darnells Kaffee getrunken und über diese alten Männer und ihr Anglerlatein nachgedacht, wobei er abwechselnd über die Lächerlichkeit der ganzen Situation lachte und dann wieder trocken schluckte, wenn er sich eine Kreatur namens Bilzebub vorstellte, die im tiefen schwarzen Wasser zu seinen Füssen lautlos ihre Kreise zog. Es hätte wahrscheinlich ausgereicht, mit einem Crescent Wels in den Club zurückzukehren, mirk irgendeiner chemisch hervorgerufenen Mutation als Beweis für den Fangplatz. Aber ausgerechnet Bub herauszufordern, das verhiess Unsterblichkeit, dachte Hook. Wie gross würde er wohl sein? 50 Pfund? 60? Er hatte mal von einem 70 Pfund schweren Wels in Mississippi gelesen und im Amazonas gab es gigantische Wels von 350 Pfund Gewicht, aber die Leute hatten mit denen nichts im Sinn, denn sie waren giftig. Die alten Männer in Fierce Laden taten so, als wäre der Crescent ein heiliges Reservat für Dinge, die man am besten nicht an die Oberfläche holte. Und was ich empfehle, ist eine Hunderter-Schnur. Zur Hölle, dachte Hook, ich könnte mit einer Hunderter einen tausend Pfund schweren Marling fangen. Eine Zeit lang spielte er mit der Idee, mit einer leichten Route und der Sechs-Pfund-Schnur hinauszuruten. Dann griff er nach der Nels schwerem Vierfachhaken und nach der Giftflasche. Er fragte sich, was ein Mann denn wirklich wissen konnte, um sich eine solche Falle auszudenken. Als er die Frage nicht beantworten konnte, präparierte er den Haken, wie der alte Mann es ihm erklärt hatte, und knotete ihn an die Hunderter-Schnur, die sich an der schweren Angelrute befand. Dann füllte er die Thermosflasche mit frisch zubereitetem Kaffee, griff nach dem Weidenkorb mit den Crescentwürmern und drang in die Finsternis vor. Etwa 50 Fuss vom Ufer entfernt, warf er in der Bucht den Anker. Das Wasser war so glatt wie Glas, und die Bucht lag vollkommen still da. Keine Nachtgeräusche waren zu hören. Nichts. Selbst wenn die Geschichten reinen Mythos waren, dachte Hook, war der Crescent der unangenehmste Ort, an dem er sich je aufgehalten hatte. Hook öffnete den Weidenkorb und griff hinein, um einen Wurm herauszuholen. Bei seiner Berührung erwachte das Innere des Korbs zu kraftvollem, schleimigem Gewinde. Er zog geschockt die Hand heraus. Er leuchtete mit einer Taschenlampe in den Korb und bekam einen ersten Eindruck von den Crescentwürmern. Sie waren riesig, wie glänzende, gerippte Schlangen. Er schätzte, dass einige zehn Inches lang waren und einen Durchmesser von einem Inch hatten. Herr Jesus, dachte er, diese Chemikalien haben hier aber alles mutieren lassen. Er blickte hinaus aufs Wasser. Eine neue, nur zur realen Furcht, stieg in Hook auf. Er schaute zum Ufer und erwog, für einen Moment dorthin zurückzukehren. Aber er hatte sich für sein Unternehmen zu lautstark eingesetzt und alle Warnungen in den Wind geschlagen. Er hatte im Club verkündet, er sei Angler und ein Angler würde keine Mühen scheuen, seine Angel auszuwerfen, wo immer es sich anbot. Und dazu gehörte auch der Crescent. Hook schluckte. Dann griff er erneut in den Korb, um einen der Würmer herauszuholen. Seine Hand fühlte sich an, als bekäme sie einen Krampf. Er schüttelte sie. Reiss dich zusammen! Er berührte einen der Würmer und der rollte sich reflexartig zusammen. Dann sprang er in seine Hand hinein und schlang sich ihm um das Handgelenk. Es reichte aus, um ihm die Blutzufuhr abzuschnüren. Er nahm Darnells Haken und begann, den Wurm auf einen der Arme aufzuspießen. Er zog sich noch enger um sein Handgelenk zusammen. Hook atmete jetzt heftig. Er wollte nur noch das widerwärtige Ding loswerden. Schliesslich hatte er den Wurm am Haken und warf diesen ins Wasser. Sein keuchender Atem war das einzige Geräusch. Als er die schwere Angelrute anhob, konnte er am Ende der Schnur eine Bewegung spüren. Er wusste, dass es kein Fisch war. Es war der Todeskampf des Wurmes. Hook verspürte eine betäubende Übelkeit. Seine Brust schien immer stärker zusammengepresst zu werden. Ist es möglich, dass ich solche Angst habe? fragte er sich. Er verfluchte sein Geltungsbedürfnis. Plötzlich spürte er etwas. Etwas Kaltes an seinem Bein. Es hatte sich um sein Fussgelenk gelegt und schnürte sich nun wie eine Schlinge zusammen. Dann biss es ihn. Hook rammte die Angelrute in die Haltevorrichtung und griff nach seinem Fussgelenk. Er wusste sofort, dass einer der Würmer sich befreit hatte. Er hatte den Korbdeckel offen gelassen. Er brauchte beide Hände, um den Wurm von seinem Fuss zu lösen. Mit einem Schrei schleuderte er ihn in die Finsternis. Dann packte er den Korb und warf ihn weit hinaus auf den See. Sein Geist raste. Er hat mich gebissen. Unvermittelt begann die Rolle zu kreischen. Etwas hatte den Köder geschnappt. Hook versuchte, nach der Angelrute zu greifen, aber sein ganzer Körper verkrampfte sich. Was soll das? Was passiert hier? Er dachte an das Gift. Der Krampf, um dieses grauenhafte Ding von Wurm an den Haken zu bekommen. Er musste sich irgendwo die Haut aufgeritzt haben. Das Gift begann, ihn zu lähmen. Er schaute auf die Rute. Sie war mit einer 100-Fuss-Schnur versehen. Sobald der Fisch genügend weit geschwommen war, würde die Rolle blockieren und den Haken tief in das Fischmaul hineinjagen. Dann sah er, dass die Rute senkrecht nach oben gebeugt war, als verbeuge sie sich für einen Dämon. Das Ding am anderen Ende raste nicht wie ein normaler Fisch auf den Crescent hinaus. Es sah eher nach einem Wal aus, der auch immer senkrecht nach unten floh. Zu jedem anderen Zeitpunkt hatte Hook an diesem Anblick seine Freude gehabt. Komm schon, Baby, hätte er dann gedacht. Nimm mich mit auf die Reise. Aber nun war er entsetzt, während die Schnur auslief. Sie werden absaufen wie ihr Freund. Ein paar Fuss Schnur und die Rolle würde blockieren. Der Tanz würde anfangen. In diesem Moment wusste Hook, dass er keine Lust hatte, das Ding am anderen Ende kennenzulernen. Er hatte von Foulers Crescent genug. Er riss die Rute aus der Halterung und warf sie ins Wasser. Aber diese Aktion brachte ihn aus dem Gleichgewicht und seine verkrampften Muskeln konnten nicht reagieren. Er kippte nach vorne und stürzte in die dunklen Fluten. Hook kam wieder hoch, spuckte aus. Dann begann er, zum Ufer zu paddeln. Das Wasser kam ihm vor wie Honig, als sein Körper immer starrer und steifer wurde. Er stellte sich vor, wie die Bestien des Crescents seine Beine umkreisten und auf den richtigen Zeitpunkt zum Angriff warteten. Zieh, dachte er. Zieh. 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 Er spürte etwas hinter sich. Etwas Großes. Etwas, das er überhaupt nicht sehen wollte, weshalb er sich auch nicht umdrehte. Er spürte, wie seine Arme erschlafften. Nur noch 15 Fuss. Er zwang seine Beine dazu zu treten, vertrieb die Krämpfe mit einem Adrenalinstoss. Dann gelangte er keuchend ans Ufer. Er hiefte sich aus dem Wasser. Dann rollte er sich von der Wasserlinie weg. Ein Moment lang lag er da, starrte hinauf in den bewölkten, mondlosen Himmel. Gott, ich hab's geschafft, sang es in ihm. Ich hab's geschafft. Dann fing es an zu regnen. Er brauchte Hilfe. Dieses Gift verwandelte ihn in eine starre Puppe. Er kämpfte sich auf die Füsse und schaffte es bis zu seinem Pick-up. Doch als er versuchte, den Motor zu starten, knirschte die Maschine kurz. Dann erstarb sie. Verdammt, murmelte er. Gott, verdammt! Hug stieg schwankend aus dem Wagen aus. Er wusste, dass er ernstlich angeschlagen war. Er schaute sich in dem finsteren Wald um, an Darnells geheimem Angelplatz, während der Regen immer heftiger auf ihn niederrauschte. Dann wanderten seine Blicke zu dem kahlen Friedhofshügel. Im Haus des Totengräbers brannte Licht. Stets seit Jahren leer, erinnerte er sich an Darnells Bemerkung. Wer ist da oben? Er starb 74 und wir haben ihn direkt oben auf dem Hügel begraben. Hug hatte keine Zeit, lange darüber nachzudenken. Er musste sich auf den Weg machen. Mit einem Grunzen stiess er sich von seinem Wagen ab und begann zwischen umgekippten Grabsteinen seinen mühsamen Aufstieg. Seine Gelenke waren wie eingefroren. Er ging steifbeinig, unbeholfen, wie ein lebender Toter. Er durfte nicht riskieren, jetzt zu stürzen. Er würde nie wieder hochkommen. Es würde schwieriger, genug Luft in die Lungen zu bekommen. Tiefe Atemzüge waren unmöglich. Nur ein Keuchen brachte er zustande, ein Hecheln. Das Haus und das Licht schienen unendlich weit entfernt zu sein. Schlamm floss ihm über die Füsse. Hug begann zu beten. Dann stolperte er über einen halb im Erdreich vergrabenen Gedenkstein. Für einige Sekunden lag er da, mit dem Gesicht im Schlamm. Er bemühte sich aufzustehen, hatte den Geschmack knirschender, nasser Erde im Mund. Er spuckte schwach aus. Gott, verleih mir Kraft! Er schaute zum Fenster, hundert Fuss den Berg hinauf. Eine Gestalt stand darin. Er schaute weg. Nicht daran denken! Nicht denken! Dann ging er im Schlammstrom auf alle Viere und kroch mühsam vorwärts, wobei jeder Atemzug kürzer war als der vorhergehende. Endlich, nach Minuten, versuchte er zu rufen, aber kein Laut drang aus seiner Kehle. Die grauenvolle Stille raubte ihm die letzte Kraft. Hug ließ den Kopf auf die nasse Erde sinken. Das Gesicht zum Haus gewandt. Die Gestalt im Fenster war verschwunden. Er schloss die Augen. Dann, von irgendwoher, nicht weit entfernt, hörte er ein Geräusch. Chong, Chong, Chong! Anfangs, im Lärm des Unwetters, konnte er das Geräusch nicht identifizieren. Dann wusste er es plötzlich zweifelsfrei. Es war eine Schaufel, die sich in die Erde wühlte. Irgendjemand grub. Er bemühte sich erneut, sich zu bewegen, aber als er die Hand aufstürzte, belührte sie keine Erde. Es war etwas Hartes, etwas Rauhes und mit Splittern übersätes. Es gibt da Särge, die sind keine zwei Inch unter der Oberfläche und können jeden Augenblick auftauchen. Er strengte sich an, um von dem sich hebenden Sarg wegzukommen, von seinem Inhalt, wie immer der aussehen mochte, und von dem schrecklichen Geräusch der Schaufel. Aber seine Hand brach durch den von der Feuchtigkeit verrotteten Deckel und tauchte in ein Gewirr von Knochen. Er versuchte, sie herauszuziehen, aber sie hielten ihn fest. Er gab ein winziges, klägliches Gurgelgeräusch von sich, das an jedem anderen Tag ein ohrenbetäubender Schrei nackten Grauens gewesen wäre. Dann traten ihm Tränen in die Augen. Sein einziger Trost war, dass der Tod, der willkommene Tod, nur Sekunden auf sich warten lassen würde. Dann hörte er eine Stimme. Na, Abend, Mr. Hook! Hook konnte kaum seine Augen bewegen. Er sah zwei schlammbespritzte Stiefel und das Blatt eines Spatens. Aber er kannte die Stimme. Sie gehörte Max Fear. Fear legte den Spaten beiseite und kniete sich in den Schlamm. Er begann, seinen Gürtel zu lösen. Sieht so aus, als hätten sie keine besonders angenehme Nacht auf dem Crescent verbracht, meinte er launig. Er schlang den Gürtel um Hooks Fussknöchel und zog ihn stramm. Wie ich schon sagte, sie hätten nach Bloomfield fahren sollen. Dann zog er Hooks steifen Arm aus dem Sarg und richtete sich auf. Danach packte der kräftige Fear das Ende des Gürtels und begann, Hook durch den Schlamm zu zerren. All das Zeug, das Darnell ihnen erzählt hat, von Bub meine ich, das war nur Anglerlatein, ein Köder sozusagen, um sie hierher zu locken. Im ganzen Crescent gibt es keinen solchen Fisch. Diese Chemikalien haben hier eine Menge verändert, wie die Würmer zum Beispiel. Das Einzige, was sie bei den Wälzen verursacht haben, war, dass sie ausschliesslich diese Würmer fressen. Fear hielt nach etwa 50 Fuss inne. Dann rollte er Hook auf die Seite, sodass er sehen konnte, dass er am Rand eines leeren Grabes lag. Die Würmer haben auch einen besonderen Appetit, erklärte Fear ihm. Seit Jahren haben wir sie regelmässig gefüttert, aber jetzt gibt es kaum noch Leute am Crescent. So bekommen sie eben mal ab und zu was zu fressen. Etwas, damit sie mal wieder richtig fett werden und wir angeln können. Mit einem halblauten Grunzen stiess er Hook in das Grab. Hook lag dort stumm, die Augen weit aufgerissen und voller Schlamm. Er spürte, wie die Würmer sich unter ihm wanden. Regen Sie sich nicht auf, Mr. Hook, so lange dauert es gar nicht. Seine Stimme klang sanft, tröstend. Kein Unterton von Bedauern oder gar Schuldbewusstsein schwang darin mit. Diese Dinger können schon von Weitem hören, wenn ich hier grabe, und sie riechen den Menschen. Hook konnte spüren, wie sie an seinem Rücken entlang krochen und ihre feuchten Spuren auf seinen Beinen hinterließen. Sie ließen sich einfach auf ihn fallen, kamen aus den Seitenwänden des schmalen Grabes, herbeigerufen von der Essensgong-Schaufel. Übrigens, fügte Vier hinzu, als wäre ihm das noch etwas Letztes eingefallen. Das Gift war im Café. Schätze, es kommt Ihnen ziemlich hart vor, sich vom Angler in einen Köder zu verwandeln. Aber so enden wir doch alle mal, oder? Sobald die Leute aufhören, nach Bub zu suchen, wird der Nell wohl mir etwas von seinem Kaffee anbieten, um wieder mal für einen Anglertag ein paar Würmer zu haben. Er lachte. Es war unbeschwert und mitleidlos. Angler, sagte er, wir tun wirklich alles, um unsere Angeln auswerfen zu können. Und Hook spürte, wie einer der Würmer an seinem Kiefer entlang glitt und vorsichtig seinen eiskalten Kopf prüfend in seinen Mund schob. Dann traf ihn die erste Schaufelladung Erde im Rücken und die letzten Worte, die er in seinem Leben hörte, drangen hinunter in sein Grab. Bis morgen früh, Mr. Hook. Untertitelung des ZDF, 2020